video auf dem kanal ist folge 2 ich hoffe ihr seid gehypt ja ich hoffe ihr seid gehypt natürlich wenn ja lassen aber da und ich würde sagen wir sehen uns in der ersten runde wieder ich bin halt ich bin halt aber okay doch nicht so kurz wegen dem hammer dass nämlich erwischt aber krass nicht ja da wäre das ding hier wie wir sind zu meinem finale bis gleich halbfinale block der endlich block der letzte runde oder letzte folge besser gesagt gab es ja kein blog und in dem stream nicht gemacht hat an dem einen tag gab es fast vier stunden teil block der ich drücke die leertaste aber er ist nicht verschwungen natürlich würde wir sehen uns in der zweiten runde wieder bis gleich paint splash aber leider kann man sich keine maps auf der das programm ist knapp knapp wer schon voll folgen und heißen tastatur kackt bei block der shop also das ist ja keine folge das geile ist ja wirklich was die folgen titel angeht manche mal die ja einfach so während ich keine ahnung das video aufnehmen stark reingeschissen das war ich ja meistens während ich die folgen dann aufnehmen eigentlich ich habe ich aber diesmal ist es anders und wir sehen uns im halbfinale bis gleich ich bin weniger als 16 leuten weil ich glaube nicht dass wir 16 leute sind ich glaube es im park ist ob ich so das gefühl ich weiß es ist nicht ja egal sein namen ist mal wieder um fliegt hier ja die leute wir sind zum finale bis gleich heute space race space race im finale ich werde eh nicht gewinnen erstes weil ich gerade viel zu spät losgelaufen bin wo ich das gefühl dass ich meine tastatur mal anschließen muss das ist ja eigentlich nur so eine usb ohne kabel aber die muss man irgendwie trotzdem aufladen keine ahnung ich verstehe selber nicht warum man sowas dann macht aber naja es gibt auch irgendwie tastaturen mit usb stick und die sind dann einfach mit batterie und so verstehe ich irgendwie auch nicht warum man sowas dann baut sehr stark ich wusste jetzt auch nicht wusste wir sehen uns in der vierten runde wieder bis gleich ich mag diese map aber irgendwie auch nicht sind ja krass nur 31 leute deswegen mag ich ja eigentlich ist oder schneeball ist ab oder der akku schläger jetzt im kino wir sehen uns im halbfinale bis gleich also halbfinale space race jetzt könnte ich halt sogar sogar jetzt könnte ich jetzt sogar sogar eine chance haben erst mal das wort doppelt in dem sat verwendet die aber jetzt könnte ich halt so eine chance haben denn jetzt können mehrere leute ins ziel und solange ein paar leute schlechter sind habe ich eine gute chance dass ich ein ziel kommen muss einfach nur hoffen dass ich jetzt dass ich jetzt nicht irgendwie das falsche die falsche speed für daneben er ist ja hier rein wenn jetzt so kompletten ja gut das ist dann ja man sollte wir sehen uns im finale ist leicht weil finale blocktisch wieder blocktisch tatsächlich ich hoffe dass meine tastatur jetzt funktioniert die folge heißt ja meine tastatur die tastatur bei blocktisch ab das war ja wegen der ersten runde im halbfinale ich hoffe jetzt einfach dass meine tastatur jetzt so ein bisschen überlebt mit dem kopf durch die wand aber komplett du kriegst nicht nur feuer wird feuerwisch ja wir haben alle geschissen oh mein gott er verkrackt ist auch noch was ja gg geil leute wir sehen uns im auto wieder bis gleich wenn euch die folge gefallen hat lasst ihr gerne mal ein like und abo schaut in die video beschreibung alles verlinkt blablab ich sage eigentlich immer wieder dasselbe von daher würde ich sagen das war's haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis hin tschüssi u Bis zum nächsten Mal.